Wir ziehen einfach wieder ein Späon rausgeholt Das ist mir jetzt egal, das wird mir zu blöd Oh, wir haben die hintere Base verloren Ja, da hinten Zwei Sniper links Am Berg Ist er, läuft er Ich kann ihn nicht Ich hab ihn auch nicht bekommen, ich bin wieder durchgefahren Was ist das für ein Scheiß Bug Jetzt seh ich nicht mehr Schalalalalalalalala Wir werden wieder schießen, keine Sorge Sniper, da schießt auch schon wieder einer Da steht, da steht Da ist ein Sniper von uns Weg vor uns Hinter uns Den nicht, wir hören uns drum Dahinter uns Ich hab getroffen, aber das ist nicht stoppen Das ist so unter Ja, 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 ja их rechts Oh, ist so ein Idiot Am Hang, oben Ah Was denn der? Nö, du hast einfach weg Der, der ist verlegt Der hat sich verdeckt, das Genau in dem Moment Ah, jetzt kommt der Mackey, Achtung, der Harry kommt Der Harry Nicht der Andy, der Andi, Andre von Harry harry oder der leidling vorne jetzt springen bitte nach den leidling ja ja ausgesehen da steht ein sniper alter ja ich gebe euch euer schutz ich kann mal quer durch ein feuer schutz ist nicht so geil ich habe ja nie überhaupt dass mein feuerschutz zu mir zu mir zu mir schnell was nein ich habe uns geparkt alter muss erstmal wieder rappen alter hilf mir und wo bist du denn überhaupt ich steck am Osso du steckst am ohr nicht oder gar nicht auf einmal weg am arsch bin tot es gar nicht alles kein Geld warum auch immer steht er vorne ernst verbündeter trotzdem ist gott gekült hat wo alles mögliche baller jetzt fast überlegt leute er stellt sich auch ziemlich schlau hin wo fahrt denn ihr für mich? ja hinter zwei Vanguards ja ne vom Spawnroom aus beschießbar ok äh Lightning und seine, mach den Sandy oh 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 Harry 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 Harry? ja was wir bekämen? ja wir werden überall hier weggemacht wir werden überall hier weggemacht alter boah ich krieg keinen Fuß auf den Boden ja aber keinen schaden gemacht oder? ne irgendwie nicht ja dann lass noch mal ziehen oder? weil der war jetzt eigentlich ganz gut dass ich hier keinen Fuß auf den Boden krieg ich glaub die Situation gerade ist ziemlich gut dafür da hätt'n schön Maggie so jetzt rapen wir den mal hier ein bisschen wo ist er? scheiße da boah das war ich da hinter dir jetzt hab ich wieder eine Einzack hat ey MESSER nein nein One-Hit-Knife ja MESSER One-Hit-Knife ja MESSER ja One-Hit-Knife nicht so ein normales MESSER so ein One-Hit-Knife du hast echt ein MESSER für 1000 ins Herz gekauft? MESSER ist saugeil ich liebe es wenn du mit dem Spion Stalker rumrennst das MESSER anmachst sich zwischen die Gegner stellen sichtbar machst und einfach nur durchmesserst und rennst du machst so viele Kills und du White-Knife hittest einfach das ist schon geil ich seh nix warum brauchst du da schon wieder um die ganze Base rum alles überall Rauch ja so er hat sich da vorne verbindet da ging er schon Harry der raucht da vorne ich komm nicht vor ich komm nicht vor ich komm nicht klar mit den Fußsoldaten ich wette das ein McWhorter jetzt braucht es nicht ja wie gesagt das war ein McWhorter ich kann mich nicht klarkommen ich komm mit Fußsoldaten nicht ich kann nur Sniper spielen aus Fußsoldaten wir haben auch mega Pech alter ich wusste aber drei McRider Thunder oh natürlich weil ich es mit Pistel weggeholt boah bei uns sind federiertaktik muss man mal ein bisschen ja und wir können aber da vorne jetzt auch nix machen gerade wir ziehen einfach wieder ein das Speehol rausgeholt es ist mir jetzt egal es wird mir zu blöd das KT wieder für einen Arsch das habe ich mal gut gespielt und das ist so die KT wieder so blöden ja liegt aber an deinem Spielku oder äh der McRider steht direkt vor unserer Tür geil schauen ob ich ihm gleich mal einen Besuch abstatten kann wir machen halt weg können wir auch noch A-Caption ja er hat Paternchen geblättert ach du scheiße das sind drei stück da hinten guck was war das jetzt schon wieder warum fährt er jetzt nicht in seine eigene Hamzerminion rein? Schokomilchriegel am Tag ich wollte auch schießen auf den Paternchen also he kein Sunny kein Sunny sehr kleine Zeit ab die Schnauze sie wird tot da war es tut weh wie spaß Oh natürlich, jetzt kommt ein Maggie! Komm, überfahren, du Idiot! Hä? Irgendwas ist davon explodiert! Oh, hinter mir! Was? War ein Verbündeter, okay. So, we'll try it, but we'll fail. Oh, schießen die mit normalen Waffe weg, oder? Ah, McRider, hinter uns! Was? Ach du Scheiße. Ist natürlich wieder geiler Start. Bloß nicht umdrehen, sonst hab ich verkackt. Bloß nicht flippen. Nein! Das war's ja der Fall in der Ordnung! Ja, 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 ja. Oh, das waren Hornet-Raketen, der hat Gutsche angenommen jetzt. Ach du meine Fresse. Okay, nochmal Hornet-Raketen. Yes! McRider ausgeschaltet, wo du... Wop, wop, wop! Ne, ist mir egal, ich verrecke jetzt schon selbst mit der Sniper, habe ich keine Chance. Ja, weil du's bist. Weil ich aufnähe. Nein, weil du's bist. Ist das egal, was du ausnimmst oder nicht. So, da fliegt... Flop! Fliegt einfach alles möglich, hier geht's noch eher technisch. Ich bin jetzt zu weit weg, dass ich was ausrichten kann mit der Sniper. Oh, das merkt weiter. Oh! Boah! Ich hab nur drauf gewartet. Ja, mach den. Ah, schade. Ah, da ist Luther. Ich bin noch zu weit weg. Oh! 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 Der in der besten Position, weil er schießen kann. Weil er ein McRider ist, weil er die Kampi... Wollen wir! Das Nervis am Flicks. Oh, ein Flash. Nein, Sam! Oh, der hat er da. Was? Ja. Jetzt holen wir uns den Macki von hinten, weil der kriegt grad gut zu. Jetzt probier ich hinter ihn zu kommen. Oh, fuck, und die verründeten hier überfangen. Oh, wir capturen Arger. Ich hab keinen einzigen von denen erwischt. Oh, Macki, Harry, 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 hinter uns. Wo, wo? Ah, ich kann nicht schießen. Sie wissen zwar jetzt oben. Aber mein Schütz ist oben. Der Lofi ist aufgegangen jetzt wieder. Hat bestimmt auch er gesagt. Oh, ne. Au! Was? Ja, das hab ich gemeint. Jetzt sind Lenkpaketen. Tower. Okay, meinst du, wir sind hier sicher? Nein, ich glaub nicht. Nein, ich denke nicht. So, keine verwendeten Overdriveen jetzt. Perfekt aus dem Umgefahren. Oh, hier ist wieder Johnny. Johnny Taylor. Johnny Cash? Nein, Johnny Taylor. Boah, geiler Scheiß. Eingetöteter. Oh, ich hab einen überfahren. Keinen Verbindeten. Boah, warum bleibt der jetzt? Boah, jetzt kommt der natürlich um die Ecke. Boah. Ja, und ich schaffe die Base anzunehmen. Oh, willst du, wie das dann war? Und... Tanks dann? Ne, haben wir noch drei. Ja. Ja. Und einen Heiser. Meckold hab ich erwischt. Gut. Da oben ist einer. Da ist noch einer. Ja, das ist ein Sniper. Die Jungs sind so weit, der jetzt direkt töte. Boah, Alter. Ich frage, wie es wo ist. Ah, da vor uns ist direkt ein Sandi. Sandi. Ja, ein Sandi. Der Spion. Der muss da irgendwo hinten sein. Oh. Ja, haue auf. Heddinger leer. Ich hab andere Spion und hab mich weg gehedshotet. Ich geb gleich frei für dich. Ich fahr euch dann mal zurück. Ja, drei Sekunden kann ich freigeben. Bis zum nächsten Mal.